Musik So, aber langsam hier du. Ganz langsam. Stopp! Oh, meine Güte, rein, raus. Feuer rein, Feuer raus. Den habe ich bald da hinten runtergeschmissen. So, jetzt langsam. Oh, guck mal, die sind lieb. Die Schweizer stellen uns hier ein Bett hin. Die wissen genau, ich will nicht arbeiten. So, jetzt wollen wir ein bisschen ruhen. Die Beinchen da rüber. So. Du, pass mal auf, du passt hier auf, dass mich keiner aufweckt. Dass die alle leise sind, ja. So, ein bisschen ist das... Nein! Hör mal, das geht auch für dich, du. Ich will nicht. Nein, hörst du? Ja, okay. Okay, komm ja. Meine Güte. So, komm mal her. Komm, komm hier. Komm rum. Der will arbeiten. Kann er haben, ne? So, aber ein bisschen arbeiten hier. Das ist Scout. Scout ist eigentlich ein Springpferd. Und dafür sind wir auch hierher gekommen. Aber als ich den ausgeladen habe, haben die die Farbe gesehen und uns einfach disqualifiziert. Das ist Rassendiskriminierung. Wir wollen trotzdem zeigen, was er kann. So, stopp mal. Du wirst jetzt hier abspringen. Wie geprobt? Darüber. Und bei den VIPs kannst du landen. Dann bringst du mir noch ein Glas Shampoo-Street. Hast du verstanden? Achtung. Er kommt. Eins, zwei, drei. Hallo? Hallo? Hast du ein Problem? Ist das zu hoch? Okay. Wir fangen da unten an. So, ist das gut? Ja, so. So, eins, zwei, drei und hopp. Ja, hallo? Das ist immer noch zu hoch. Ja, okay. Na, wir haben da noch eine Stufe. Ja, das ist jetzt super. Da kann ich auch mal einspringen. Kein Problem. Was ist denn das? Oh, er fängt zumindest an. Jetzt tut er sich mal aufwärmen. So. Ey. Aha. Schaubgefährt. Genau. So. Wir haben die Weihnachten. Wollen wir nicht. Ich habe eine Idee. Ich schiebe und du springst. Ja? Hast du verstanden? Allez. Hopp. Hopp. Nee. Geht nichts mehr. Was ist los? Oh, wir haben uns den Fuß verletzt. Ja, das geht ja gar nicht. Aber das macht nichts. Ich habe hier so einen schönen Verband. Den mache ich da drum. Der hat die gleiche Farbe. Dann sieht man ihn nicht. Ne? Hast du gehört? Der guckt mich nicht mal. Doch, sei nicht so frech, du. Das ist ja. Hallo. Okay. Machen wir hier das Verbandlied rum. So. Hör auf zu schnüffeln und konzentrier dich mal hier. So, jetzt geht's los. Eins, zwei, drei und... Scout. Was ist denn? Ey. Okay. Kein Problem mit dem Bein. So, also. Dann pass mal hier auf jetzt. Komm hier. Konzentrier dich. Zeig dir mal. Du stehst doch nur hier vorne. Da findet er komisch. Da lacht er. Na, aber jetzt reicht's mir. Jetzt ist genug. Jetzt werde ich den mal aufsatteln hier. Willst du einen Sattel haben? Da schrei nicht so laut. Da muss ich erst mal hier meinen Super-Security-Hut aufsetzen. Und der kriegt eine Satteldecke hier. So. Und dann hole ich mal den schicken Sattel. Du, das hab ich gesehen, ja. Und du hörst jetzt auf, ne? Mann. Ich, also, ich versteh das nicht. Das macht er sonst nie. Bist du fertig? Ich bin ehrlich. Guck mal, die lachen schon alle über uns, du. Jetzt reicht's. Nee, der hat da ein Problem mit. Gib her. Was ist denn? Ja, der Mann. Du weißt, die Decke nicht. Keine Decke. Ja, ich hab's ja verstanden. So, dann nehmen wir nur den Sattel und du bleibst stehen da. So. So. Dann nehmen wir nur den Anstrengen. Nimm mal, du willst nur so springen, ne? Ne, okay. Keine Decke, kein Sattel, da werde ich einfach mal, so wie die Franzosen jetzt, da so im Schwung hier rauf. Er ist aber hoch, Nicke, wirklich, ich will nicht, die Hände, so jetzt reicht's mir, du geh nach Hause, ich spiel nicht mehr mit dir. Nimm, ich will nicht mehr, ich hau ab jetzt. Stopp! So? Ne, das geht nicht, der will nicht arbeiten, was soll ich machen? Wir werden schlafen gehen, ja? Pass auf, da gehst du hier ins Bett. Ne, das ist groß genug, da haben wir alle beide drauf Platz, denke ich mal, wenn ich mich ganz klein mache, ne? So. Okay. So was. Du machst aber auch nur Ärger hier. So, komm, ein Stück zurück. Wir müssen jetzt hier mal so rückwärts reinparken, ne? So. So, noch mal. Anna, hier. Ihr musst schon ganz ran nachgehen, ne? So. Komm. Immer hier rüber. So, und jetzt machst du einfach so hopp. Und dann komm auf meinen Schoß. Ah! So. So. Ja. Gut jetzt. Hallo. Was? Du bist müd? Ja. Er sagt, er ist müd. Ne, du glauben wir nicht. Das wollen wir sehen. Aha. Na, ein noch mal. Das war so schön mit Augenzug. Na ja, okay. So, du komm. Hier, guck mal, du hast so viel Platz hier heute. Komm. Komm her, du leg dich hin. Ich nehm mal einen schönen Hut weg hier, sonst ist er platt. Na? Soll ich dir helfen, oder was? Ja. Du, pass auf, ich bin auch noch da. Uff. So. 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 Ich hab keinen Platz hier. Du, kannst du mal deinen Kopf hoch? Ist gar nicht so einfach mit einem Pferd im Bett, ne? Okay. Der braucht eine Decke. Ja, das ist so eine richtige Frostbäune. Der kommt aus Dänemark. Das ist mal keiner da oben, ne? So Wikinger, ne? So. Ah, nee, die kommen ja aus dem Dorfweg. So. Okay. Das reicht. Ja, wie auch gemacht. So, Schatzi. Und nach hast du Zähne geputzt? So. Pssst. Sehr gut. Der liegt echt gut hier. Vielen Dank, zum schönen Mal. Ich gehe nach Hause. Hallo, hallo, hallo. Morgen wieder. Du musst es kaum mitnehmen. Muss ich? Da kann man nicht bleiben, weil es kommen noch andere Artisten. Na, ist doch groß genug hier. Nee, den Platz brauchen wir noch. Tut mir leid. Ach, du hast gehört. Du musst aufstehen. Hallo. Scout. Ey, du kommst bloß. Scout. Na, ich diskutiere hier nicht. Du kommst jetzt mit. Ne, das geht gar nicht. Aber ich habe da noch so eine Lösung. Ich habe da einen Wecker mit vier Beinen. Troll. Troll. Ja, hallo. Bringst du den Wecker? Och. Kannst du Bergsteigen? Bergsteigen, ja. Ja, wunderbar. Willst du eine Möhre? Ja, dann geh ich schnell. Alli. Rauch. So, Pferd. Komm. Du hör auf zu treten hier. Auf, auf. Na, bravo. So. Rauch. Applaus Applaus Dat is comedy fan scout van Rozi Hochenkel Applaus Rozi Hochenkel Applaus